Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates am Bildschirm und hier im Ratssaal, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fährlerinnen und Fährler, und am Ende kommt vieles anders, als wir es uns vorstellen können. Es wird nie langweilig in Fährl und ich freue mich auf die Aufgaben im nächsten Jahr. So hatte ich meine Rede Ende 2019 zum Haushalt 2020 beendet. Tja, und jetzt schauen wir auf ein turbulentes Jahr 2020 zurück. Zurück auf zwölf Monate. Anders, besonders, außergewöhnlich, herausfordernd und wahrlich nicht langweilig, obwohl wir uns vielleicht mehr Langeweile gewünscht hätten oder auf anderen Ebenen Langeweile haben, die wir gar nicht haben wollen. Diese Pandemie, in der wir uns aktuell immer noch befinden und leider auch weiterhin befinden werden, verlangt von allen ungemein viel ab. Es ist eine Zeit der Taten und nicht der Reden. Und es wird viel getan. Daher möchte ich eines heute voranstellen. Den Dank an alle, die in dem letzten Jahr in unterschiedlichsten Formen und Funktionen mit angepackt haben, unterstützt und geholfen haben und über das normale Maß ihre Arbeit in den Dienst des Organisierens, des Helfens, des pragmatischen Handelns und des Machens gestellt haben. Es hat sich wieder gezeigt, dass in vielen Belangen der Ferler Weg ein besonderer ist. Ihr habt da wirklich Enormes geleistet und trotz der vielen Widrigkeiten versucht, für Ferl immer wieder das Beste herauszuholen. Danke für dieses enorme Engagement. Ein herzliches Dankeschön an unseren Bürgermeister, an dich, Michael, an Heribert Schönauer, unseren ersten Beigeordneten und Thorsten Herbst, unseren zweiten Beigeordneten. Ihr habt da wirklich ins Rad gepackt. Das Meistern dieser Herausforderungen konnte und kann jedoch nur gelingen, mit einer Verwaltungsmannschaft im Hintergrund, die genauso aufopfernd Tag und Nacht gearbeitet hat und es heute zum Teil noch tut, manch Unmögliches möglich machte und somit am Ende der Garant dafür war und ist, dass wir hier in Ferl trotz der Corona-Pandemie uns gut aufgehoben fühlen. Und ja, nicht zu vergessen, all diejenigen, die im Gesundheits- und Rettungswesen tätig sind, all die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, allen voran die helfenden Hände für Ferl. Dieses Engagement hat mal wieder gezeigt, wie wir in Ferl ticken. Herzlich, solidarisch, wenn Not am Mann oder an der Frau ist, zupacken. Ihnen allen gilt ein großes Dankeschön. Ich finde, da kann man jetzt ruhig mal applaudieren. Zupacken, das Stichwort. Unsere Wirtschaftsbetriebe und Gewerbetreibenden haben allen Unkenrufen zum Trotz, sich in der Pandemie in großen Teilen behauptet, konnten vielfach ihre Geschäfte noch ausbauen und an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Auch sie haben zugepackt. Denn, und hier zitiere ich aus der Rede des Bürgermeisters, die komfortable Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr gibt uns Anlass, anzunehmen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen erneut in Richtung 50 Millionen Euro bewegen wird. Er scheint recht zu behalten. Und dass diese Entwicklung in der Zukunft so weitergeht, wünschen wir der Wirtschaft und den Gewerbetreibenden sehr. Genauso wünschen wir dem Handel, den Dienstleistern, den Vereinen, der Gastronomie, der Veranstaltungsbranche und den Kulturschaffenden in Verl, dass in sehr naher Zukunft das Licht am Ende des Tunnels immer größer wird und nicht wieder durch eine weitere Corona-Welle verdunkelt wird. Denn wir wissen, welch harte Zeit Sie seit einem Jahr durchmachen und sichern Ihnen im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten weiterhin die solidarische Unterstützung der CDU-Fraktion zu. Ich erwähne hier nur die Sondergutscheine, die ja einen ganz großen Erfolg im letzten Jahr und auch noch weiterhin sind. Auch für alle Familien, Kinder und Jugendlichen, die in den vergangenen Monaten wirklich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten haben und heute noch leiden, wünschen wir, dass bald wieder Normalität einkehrt. Und Normalität bedeutet auch Stabilität. Und für diese Stabilität haben Sie, liebe Fährlerinnen und Fährler, im letzten Jahr gesorgt, indem Sie uns, der CDU, bei der Kommunalwahl wiederholt ihr Vertrauen mit einer absoluten Mehrheit ausgesprochen haben. Diese Bestätigung unserer Arbeit, unserer Ideen und Ziele für Fährl erfüllt uns mit Stolz und macht gleichzeitig auch demütig. Dass wir hier wieder mit einem starken und hochmotivierten Fraktionsteam zusammen mit unserem Bürgermeister Michael Esken stehen und für Fährl das Beste gestalten dürfen, das ist nicht selbstverständlich. Und glauben Sie mir, das wissen wir. Liebe Fährlerinnen und Fährler, Sie haben uns die Zukunft Fährls anvertraut. Im Namen der gesamten CDU-Fraktion verspreche ich Ihnen, dass wir weiterhin dafür Sorge tragen werden, dass die Richtschnur, der Kompass, der hier in Fährl gesetzt wird, die Kontinuität hat, die für die zukunftsweisende Entwicklungsfährls ausschlaggebend ist. Ich nenne hier nur einige beispielhaft. Verlässliche und maßvolle Ausgabensteuer- und Gebührenpolitik. Verantwortungsvoller Umgang mit den uns anvertrauten Steuergeldern. Niedrige Steuern und Gebühren. Fortführung und Unterstützung des Fährler-Vereinswesens. Die Stärkung der Eigenverantwortung und des ehrenamtlichen Engagements. Und last but not least Investitionen in die Zukunft. Und damit meine ich nicht nur Investitionen in Gebäude. Lassen Sie mich, bevor ich in die Zukunft schaue, kurz einige Projekte benennen, die trotz der herausfordernden letzten zwölf Monate in Fährl abgeschlossen werden konnten und maßgeblich auf die Weiterentwicklung Fährls einwirken. Die Fertigstellung des Bauhofes, die Fertigstellung der Kita in Sörenheide, der Fahrradweg nach Kaunitz, der Beginn bzw. mittendrin Bau des DRKs. Der Weg ist nun frei für Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung, die Fertigstellung der Bömschen Wiese, die Ortskerngestaltung in Bornholte Bahnhof und der Start des Dorfentwicklungskonzeptes in Kaunitz und in Sörenheide. Auch in diesem Jahr wieder eine sehenswerte Liste. Sicher nicht vollständig. Wurde doch vieles im Hintergrund weiter bearbeitet und angestoßen, wie zum Beispiel das Bevölkerungsschutzzentrum oder die Planungen und Gespräche um die Nutzung der alten Mühle. Die Idee des Gründerzentrums in Verbindung mit Bang und Mint. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Die Uhren in Ferl bleiben nicht stehen und es wird weiterentwickelt, geplant und umgesetzt. Das spiegelt sich auch in dem umfangreichen Werk des Haushaltsplans wieder, der mit einer Summe von über 100 Millionen Euro auf der Einnahmen- sowie auch auf der Aufwandsseite für eine Kleinstadt, wie wir es sind, seines Zeichens sucht. Und ausgeglichen noch dazu. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unseren Kämmerer, Heribert Schönauer und Herrn Pelkmann, die da eine hervorragende Arbeit wiedergeleistet haben und uns vor allen Dingen auch in den Ausschusssitzungen durch diese ähnlichen, langen Listen und die entsprechenden Informationen doch eine gute Grundlage gegeben haben, konstruktiv zu diskutieren und an den Haushaltsthemen zu arbeiten. Mit den von uns eingebrachten und gemeinsam mit Ihnen, den anderen Fraktionen verabschiedeten Ergänzungen und Änderungen stimmt die CDU-Fraktion den Zielsetzungen, Maßnahmen und dem Stellenplan des Haushaltsplans 2021 in vollem Umfang zu. Doch welche Herausforderungen zusätzlich zu der aktuellen Lage kommen auf uns zu in den kommenden Jahren? Und welche sind besonders wichtig? Das sind sicherlich die Themenfelder wie Digitalisierung, E-Government, Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft, die Aufgaben des Jugend- und Sozialamtes, der demografische Wandel, die ärztliche Versorgung, das Stadtmarketing. Viele Themen, zu denen wir aktuell Anträge gestellt haben. Aber ich möchte hier auch Ihre Aufmerksamkeit auf einige Kernthemen richten, die wir als besonders herausfordernd für die kommenden Jahre sehen. Allen voran das Thema Schule und Bildung. Die Pandemie stellt sowohl Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und den Schulträger immer wieder vor neue Herausforderungen und Entscheidungen. Das bedeutet weiter daran arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für außerschulischen Unterricht oder Hybridunterricht in den Ferler Schulen passen. Dazu braucht es ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Schulträger und Schulen, aber auch die Bereitschaft, pragmatische Lösungen zu erarbeiten und danach zu handeln. Bei der Ausstattung mit digitalen Geräten sind wir in Ferl stark. Dank des großen Engagements in der Verwaltung und den Schulen. Aber auch hier gilt es, wie bei so vielen aktuellen Themen, dranbleiben, unterstützen und weiter darauf hinwirken, dass diese neuen Wege des Unterrichts erfolgreich genutzt werden können. Dazu gehören sicherlich auch Lern- und Identity-Management-Systeme. Wir sind zuversichtlich, dass das in Ferl auch weiterhin funktionieren wird. Funktionieren soll auch die Unterstützung der Ferler Schulen dabei, für Schülerinnen und Schüler zielgenaue Angebote zu erarbeiten, Lerndefizite abzubauen und besser für das neue Schuljahr oder die anstehenden Abschlussprüfungen vorbereitet zu sein. An dieser Stelle mein Dank an alle Fraktionen, dass sie unserem Antrag, den wir zu den Haushaltsberatungen gestellt haben, einstimmig gefolgt sind und wir damit den Weg freigemacht haben, unterschiedlichste Maßnahmen von den Schulen erarbeiten zu lassen. Danke auch an die Schulen in diesem Feld. Die Schulen sind hier sehr engagiert und haben zum Teil schon Angebote für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt. Die CDU-Fraktion ist übrigens der Meinung, dass die Schulen am besten wissen, wie sie unterstützen können. Wir sind sehr froh, dass die SPD in diesem Zusammenhang ihren Antrag, oder sollte ich besser sagen Schaufensterantrag, bezüglich der Bildungsgutscheine zurückgenommen hat. Denn dieser Antrag wurde gestellt, wohlwissend, dass diese Bildungsgutscheine als probates Mittel von den Schulen schon selbst ins Gespräch gebracht worden waren und diese über Fördertöpfe des Landes abgedeckt sind. Wir benutzen nicht die Gießkanne, wie manch andere Partei. Zielgerichtet und sinnvoll Steuergelder einsetzen und diejenigen einbinden, die in den Themen sind und wissen, was sie brauchen, das ist unsere Devise. Das ist CDU-Bildungspolitik in Verl. Dazu zählt auch die Unterstützung des Pilotprojektes zur Einführung eines Schülertickets für alle Schülerinnen und Schüler. Allerdings auch hier unter Abwägung aller Kosten- und Nutzenaspekte. Kommunale Bildungspolitik bedeutet aber natürlich auch, dafür Sorge zu tragen, dass alle Schulen bestmöglich für die Zukunft gerüstet sind. Das heißt, in Gebäude, in Technik und Ausstattung investieren. Wir haben in den letzten Jahren zweistellige Millionensummen in unsere Schulen investiert. Darauf können wir stolz sein. Und wir werden weitere Millionen in Schule, nämlich in die Gesamtschule Färls, investieren. Denn Bildungsinvestitionen sind Zukunftsinvestitionen. Daher stehen uns spannende Wochen bevor, wenn wir in die weiteren Planungen für den Um- und Ausbau der Gesamtschule und des Pädagogischen Zentrums einsteigen und über erste Entwürfe entscheiden dürfen. Ein weiteres wichtiges Kernfeld ist die Stadtentwicklung. Ich nenne das mal beispielhaft Innovationsraum Innenstadt. Unser Ziel muss es sein, die Lebendigkeit des Kernbereiches Färls zu erhalten und weiter auszubauen. Dazu zählen die Stärkung des Handels und der Gastronomie genauso wie attraktive Aufenthaltsflächen für Jung und Alt weiterzuentwickeln, kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen und gleichzeitig die Erreichbarkeit durch alle Verkehrsteilnehmer, Fahrrad, Fußgänger und Auto zu gewährleisten. Man könnte meinen, die Quadratur des Kreises. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass das gelingen kann. Denn durch die Zusammenführung der schon angestoßenen Konzepte, die sich mit Themen der Stadtplanung, der Nutzung von Flächen und Mobilität auseinandersetzen, wird eine hervorragende Grundlage geschaffen, Handlungsempfehlungen auszuarbeiten. Der von uns eingebrachte Antrag zur Erarbeitung eines Leitfadens der Stadtplanung soll genau diesem dienen. Es geht um den ganzheitlichen Blick auf Färl. Es geht darum, wie wir die einzelnen Plätze und Orte in Färl nutzen wollen. Was soll dort stattfinden? Und genau an dieser Stelle werden wir selbstverständlich, ich sage selbstverständlich, die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die Färlerinnen und Färler, die sicherlich engagiert dort mitwirken möchten. Alles, was wir vermeintlich im Einzelnen betrachten, darf nicht losgelöst vom Ganzen gesehen werden. Thorsten Herbst hatte das sehr eindringlich und anschaulich geschildert, als er über das Nutzungskonzept des Marktplatzes gesprochen hat. Dass wir natürlich den Marktplatz nicht alleine betrachten können, ohne gleichzeitig den Nahversorger und den historisch nördlichen Teil Färls einzubeziehen. Da bezog er sich auch auf das Eckhaus an der Hauptstraße, das laut Haushaltsplan noch in diesem Jahr abgerissen werden soll. Vielleicht kann uns da die Verwaltung irgendwie schon ein Zeitfenster nennen, wann das denn stattfindet. So ist der Kompromiss, den wir mit Bündnis 90 Die Grünen erzielen konnten, jetzt noch nicht in ein integriertes Stadtentwicklungskonzept einzusteigen, genau richtig. Die Zusammenführung aller schon angestoßenen Konzepte muss zu einem umfassenden Konzept zur dauerhaften Qualifizierung des öffentlichen Raums in der Färler Innenstadt sowohl nördlich als auch südlich der Achse Gütersloh-Paderborn führen. Den Handel stärken und die Daseinsvorsorge sicherstellen. Neben städteplanerischen und den Nutzungsaspekten sehen wir es ebenfalls als Aufgabe an, den Zusammenschluss lokaler Händler und Dienstleister auf gemeinsamen Online-Marktplätzen anzustreben. Unser Antrag aus dem Jahre 2016 kommt erst jetzt richtig zum Tragen. Daher begrüßen wir es sehr, dass auch hier alle Fraktionen unserem Ansehen aus 2016 folgen und 35.000 Euro in den Haushalt stellen. Damit wir unseren Gewerbetreibenden finanzielle Unterstützung geben, den Digitalisierungsprozess voranzutreiben, um auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Maßnahmen einkaufen zu können. Es geht hier um Standortsicherung und Daseinsvorsorge. Und lassen Sie mich in diesem Zusammenhang kurz auf das alte Bauhofgelände kommen und auch die Nutzung dieses Geländes. Natürlich wäre dort eine Entwicklung von Gewerbe und Wohnen wünschenswert. Das haben alle Fraktionen im Ausschuss auch so bekräftigt. Aber die Gemengelage stellt sich anders dar. Entweder treffen wir die Entscheidung, das Gelände nicht für die Erweiterung des Nahversorgungszentrums vorzusehen, oder wir machen es nutzbar für die Erweiterung. Diese beiden Entscheidungen müssen wir treffen. Da über Jahre an einer gemeinsamen Lösung für die zukunftsweisende Gestaltung dieses Nahversorgungszentrums in Färl gerungen wurde und nun nach vielen verschiedenen Planungen ein Ergebnis unter den Eigentümern vorliegt, liegt es in unserer Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen, wohin die Reise gehen soll. Ein klassischer Zielkonflikt. Denn wir wissen, dass ohne das Gelände des Bauhofes eine Stärkung des Nahversorgungszentrums nicht möglich sein wird und am Ende das Angebot an Geschäften sich verringert. Eine aus unserer Sicht gefährliche Entwicklung für den Innenstadtbereich von Färl. Dieses betrifft dann zum Beispiel den Aldi, dem die Erweiterungsmöglichkeiten in Zukunft verwehrt bleiben. An dieser Stelle, und das richte ich jetzt an die Grünen-Fraktion, eine Bürgerbeteiligung zu fordern, die dann über privaten Grund und Boden diskutiert und womöglich Erwartungen in der Bevölkerung weckt, befürworten wir als CDU-Fraktion absolut nicht. Es sind Privatinvestoren, die sich hier engagieren und eben nicht die öffentliche Hand. Und wir als CDU lassen die Finger von privatem Grund und Boden. Wir brauchen in Färl mehr bezahlbaren Wohnraum. Das ist übrigens ein Thema, wenn man zurückblickt, ich glaube, a never-ending story, das ist in fast jeder Rede, die ich in den letzten Jahren gehalten habe, Thema gewesen. Aber ich glaube, wir kommen da ein gutes Stück voran. Lassen Sie mich vorweg schicken, dass in den letzten Jahren, auch wenn es vielleicht kaum jemandem so richtig bewusst ist, doch einige neue und viele neue Wohnungen entstanden sind. Aber die Öffentlichkeit und wir es gar nicht so bewusst wahrgenommen haben. Daher bitten wir die Verwaltung, uns eine Aufstellung des entstandenen Wohnraums, der in den letzten Jahren gebaut wurde, einmal vorzulegen. Die aktuellen Ansätze in Färl zeigen unserer Meinung nach weiter in eine richtige Richtung. Die Modernisierung und Aufstockung der KHW-Wohnungen an der Bahnhofstraße, die vorgestellten ersten groben, ich betone groben, Entwurfsplanungen der KHW zur Helfgert-Siedlung. Zu dem Thema kommen wir ja gleich noch mal. Das Wohnprojekt in Kaunitz, die Schaffung von gefördertem Wohnraum in neuen Baugebieten und das in Auftrag gegebene Wohnraumbedarfskonzept. Alles Maßnahmen, die darauf hinwirken werden, für färrziehgerichteten Wohnraum zu schaffen. Und dieses optimalerweise in einer Kombination aus geförderten, preisgedämpften und privatwirtschaftlich errichtetem Wohnraum. Das Bauplatzangebot weiter ausbauen. Wir wollen in Färl weiterhin gewährleisten, dass der Bau eines Eigenheims möglich ist und das bezahlbar. Der Vorstoß des Bürgermeisters, die Prozentregeln der Besitzverhältnisse bei der Umwandlung von Acker- und Grünfläche zu Bauland zu hinterfragen und von 60-40 womöglich auf 80-20 zu ändern, halten wir für absolut diskussionswürdig. Vielleicht sollten wir in diesem Zusammenhang auch über mögliche 100 Prozent diskutieren. Eine Diskussion, die wir in Färl auf jeden Fall ergebnisoffen führen sollten. Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Fläche nun mal nicht vermehrbar ist, die Preise aktuell in Färl extrem für Bauland ansteigen und somit vielen die Möglichkeit verwehrt wird, den Wunsch nach einem eigenen Haus zu verwirklichen. Mobilität und Radverkehr. Auch wenn die Reaktivierung der Bahnstrecke sich noch eine geraume Zeit hinzieht, müssen wir heute die Maßnahmen entscheiden, die zusammen mit einer vernetzten, zukunftsweisenden Mobilität einhergehen. Wie wollen wir die zukünftigen Bedürfnisse der unterschiedlichen Mobilitätsformen miteinander vereinen? Die angestoßenen Themen wie Carsharing-Formen, Mietfahrräder, Ausbau des ÖPNVs, Ausbau der Ladestationen für E-Autos und für Fahrräder, die Installation von weiteren Fahrradstraßen, Ausbau von Radwegen, der von uns gewünschte Schnellbus nach Bielefeld, die Mobilitätsstationen sowie die Förderung von Lastenfahrrädern zeigen, wie umfangreich dieses Thema ist. Und mit dem iMock, dem integrierten Mobilitätskonzept, und unserem Mobilitätsmanager haben wir das richtige Instrument an der Hand, Mobilität auch in FERL innovativ zu gestalten. Die wirtschaftliche Entwicklung. All die gerade erwähnten Maßnahmen zur Verfolgung unserer Ziele für FERL können in der Zukunft nur gelingen, wenn wir weiter sicherstellen, die besten Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft zu schaffen. Unter der Prämisse der ökologischen Nachhaltigkeit und des sozialen Ausgleichs. Dann können wir in FERL weiterhin gestalten und zukunftsweisend handeln und maßvoll wachsen. Daher war es für uns wichtig, uns mit dem Regionalplan intensiv auseinanderzusetzen. Dass wir das so qualifiziert konnten, verdanken wir insbesondere der professionellen Begleitung der Verwaltung, allen voran Thorsten Herbst und sein Team. Vielen Dank dafür. Durch ihre Fachkompetenz konnten wir auf den für FERL wichtigen Feldern intensiv beraten, ausloten, diskutieren und abwägen. Das Ergebnis unserer Stellungnahme stellt für alle Stadtteile FERLs inklusive des Bereiches FERL-West die Basis dar, sich weiter zu entwickeln und Optionen, ich betone dieses Wort Optionen, für nachfolgende Generationen offen zu halten. Offen zu halten. Wir als CDU-Fraktion sind davon überzeugt, dass gerade im Hinblick auf den Regionalplan es darauf ankommt, die Balance zwischen Ökologie und Ökonomie, Fortschritt und Rückschritt, Wachstum und Stagnation ins Gleichgewicht zu bringen, um für zukünftige Generationen Gestaltungsoptionen bereit zu halten. Dies beinhaltet auch die langfristige Perspektive, Erweiterungsoptionen im gewerblichen Bereich, zum Beispiel nördlich der Autobahn, schon heute zu sichern. Ob dieses am Ende genutzt wird, liegt nicht in unserer Entscheidung. Wir wollen hier nur die Wahlmöglichkeit für zukünftige Generationen ermöglichen. Der Regionalplan gibt uns vor, wohin sich FERL in den nächsten 15 Jahren entwickeln kann, nicht muss. Unsere Aufgabe ist es hier und heute, die zukunftsweisenden Rahmenbedingungen zu setzen, um eine positive Entwicklung FERLs weiter möglich zu machen. Zusammenführen und nicht spalten. Nicht entweder oder. Ein ausgeglichenes Miteinander und dieses auf allen Feldern unserer kommunalpolitischen Verantwortung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte an dieser Stelle allen ein gesegnetes Osterfest wünschen und die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass sie auch Wirklichkeit wird, dass wir spätestens im April wieder zu einer gesunden Normalität kommen. Bleiben Sie gesund und vielen Dank. Vielen Dank.